Sarah, diese Monster wollen uns töten. Die Monster wollen uns töten. Die Monster wollen uns töten. Die Monster wollen uns töten. Sarah, wer immer diese Stimme ist, ich glaube, sie will uns loswerden. Wer bist du? Was willst du? Die Monster wollen uns töten. 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 Die letzten chemischen und elektrischen Aktivitäten in einem sterbenden Gehirn. Eine EMI-Kurzschluss. Eine Flut aus Erinnerungen und Gedanken. Zur Hälfte Wahr, zur Hälfte Fantasie. Wie beende ich diesen Albtraum? Bitte, hilf mir! Ich kann nicht. Ich will, dass es ein Ende hat, aber ich schaffe es nicht. Du musst es beenden. Bitte. Töte mich. Lass mich gehen. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Stell dir einen vereisten Wald vor. Also, hat es sich gelohnt? Sie sind bei den Akifären. Alles okay? Cain. Cain. Ich glaube, es wird schlauer. Wir müssen noch Eden. Ich bin jetzt hier mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal froh. Ich bin jetzt mal froh. Ich bin jetzt mal froh. Jetzt'llhör. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020